Hi Leute, wenn ihr wissen wollt, wie ihr 1000 V-Bucks gewinnen könnt, bleibt jetzt dran. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zu einem ganz besonderen Video und zwar steht mal wieder ein Abonnenten-Special an. Wir haben die 750 Abonnenten geknackt. Leute, ich bin euch mega, mega dankbar. Danke für euren Support, danke für die motivierenden Kommentare, die ich jeden Tag von euch bekomme. Ich bin echt mega, mega gehypt und es macht richtig Spaß mit euch, hier diesen Weg zu gehen. Und ich freue mich schon, wie es auch weitergehen wird mit euch. Ich habe natürlich noch mega viel Content geplant für die Zukunft, aber jetzt ist einfach mal wieder an der Zeit, Danke zu sagen, so wie ich das bei jedem Abonnenten-Special mache. Und ich meine das aber auch wirklich ernst. Also Leute, ohne euch würde ich kein YouTube machen. Wenn ich kein Feedback von euch bekommen würde und ich nicht meine treuen Abonnenten hätte, die was mir motivierende Kommentare reinschreiben, irgendwann hätte ich wahrscheinlich einfach es sein lassen. Hätte einfach gesagt, okay, komm, eigentlich interessiert es eh keinen Menschen, was du machst. Aber durch dieses ganze positive Feedback merke ich, okay, das macht richtig Bock. Und ich will auch mich weiterhin steigern. Ihr merkt auch schon die Qualität in den letzten zwei Monaten, wenn ich mir meine ersten Videos anschaut. Ihr könnt das auch gerne mal einfach ausprobieren. Schaut mal einer meiner ersten Videos an und vergleicht es so mit den letzten zwei, drei Videos, die ich so rausgehauen habe. Also ich merke schon auch ganz ehrlich, dass ich da von der Qualität mich ordentlich gesteigert habe. Aber ich weiß auch genau, dass da noch extrem viel Luft nach oben ist. Ich kann noch so viel, so viel besser machen. Ich setze mich auch mit meinen ganzen Programmen immer mehr auseinander und gehe da in die Tiefe. Ich glaube, ich bin da jetzt gerade mal so bei 10% von dem, was möglich ist, glaube ich. Natürlich habe ich mir dieses Mal wieder etwas für euch überlegt. Irgendein Special muss ich doch wieder raushauen für euch. Ja, ein Zeichen der Dankbarkeit. Und zwar habe ich mir diesmal überlegt, ich bekomme immer mal wieder Fragen von euch gestellt, die ich dann auch gerne in den Kommentaren beantworte. Aber warum nicht einmal so ein FAQ machen? Also ich habe diesmal geplant, ich möchte ein FAQ mit euch machen. Das heißt, ihr könnt mir Fragen stellen, wie auch immer die aussehen werden. Ihr könnt mir private Fragen stellen. Ihr könnt mir Fragen zu Fortnite zum Spiel stellen. Ihr könnt mir Fragen zum Gaming, zum Zocken stellen, zu meinem Equipment. Ihr könnt mir Fragen stellen über alles, was ihr wollt. Also es gibt eigentlich jetzt nicht wirklich irgendwelche Themen, die ich jetzt sage, okay, das ist jetzt tabu. Außer jetzt meine private Adresse oder sowas, ihr wisst ja Bescheid. Auf jeden Fall haut einfach einen Kommentar raus, fragt mich, was ihr wollt. Und im nächsten Video beantworte ich das Ganze dann. Aber natürlich macht ihr das nicht umsonst, sondern unter allen, die einen Kommentar abgeben, wähle ich zwei aus, wieder zufällig, wie beim letzten Mal, unter allen Kommentaren werde ich zwei zufällig auswählen, die von mir 1000 V-Bucks bekommen. Ich erhöhe das Ganze, ich verdoppel das Ganze, die Gewinnschaft wird verdoppelt im Vergleich zum letzten Video bei 500 Abonnenten, sondern diesmal mache ich gleich zweimal die 1000 V-Bucks. Einfach nochmal als kleines Dankeschön für euch Leute. Bleibt mir weiterhin treu. Danke an jeden Einzelnen von euch, der mich weiterempfehlt. An eure Leute in der Schule, in der Arbeit, an die Freunde. Ich habe so oft schon mitbekommen, wie gesagt, hey, ich kenne den und ich komme durch den zu dir und so weiter. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Nur so kann ich wachsen, weil momentan ist es ja so, ich mache das eigentlich nur aus Spaß an der Freude und um euch zu unterhalten und euch zu helfen und euch Content zu bieten. Ich verdiene ja bis jetzt absolut keinen Cent. Ich habe bis jetzt nur Zeit und Geld investiert und das ist auch voll okay so. Aber irgendwann denke ich mir, vielleicht kommt ja mal der Punkt, wo ich dann sage, okay, vielleicht kriege ich mal ein bisschen etwas davon zurück, von der ganzen Zeit, von dem ganzen Geld, den ich da reinstecke. Das wäre ja Butter bei die Fische. Natürlich ist es schön, wenn man auch etwas Geld dazu verdienen könnte für die harte Arbeit. Das ist ja wirklich Arbeit, wenn ich hier am Tag im Schnitt so zwischen 5 und 6 Stunden sitze und Videos für euch schneide und drehe und so weiter. Ihr kennt das ja sicher von vielen anderen YouTuber, wie viel Zeit da wirklich dahinter steckt. Also nehmt alle fleißig teil. Zeit habt ihr bis zum Freitag. Am Freitag ist der Stichtag. Ich werde dann am Freitag am Abend, werde ich dann das Video abdrehen. Das FAQ Video, werde dann alle Fragen, die ihr mir stellt, beantworten. Es können auch Fragen doppelt dabei sein. Ihr könnt mir auch mehrere Fragen stellen. Wie gesagt, und seid ruhig ein bisschen kreativ. Ich würde mich freuen, auch wenn jetzt nicht nur so Standardfragen kommen, was hast du für eine Schuhgröße oder sowas, sondern wenn da auch mal die eine oder andere interessantere Frage dabei ist. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, euer Keks. Und ich sehe euch einen schönen Abend. Ja, ich sehe euch einen schönen Abend. Vielen Dank.